Guten Tag, liebe Herren. Ich bin Xenia Dobbin, ich bin Partner-Vermittlerin und ich möchte Ihnen erzählen, was es bedeutet, mein Dating Bootcamp. In 22 Jahren meiner Tätigkeit habe ich gemerkt, die Menschen hören ganz gern den Ratschlägen zu. Immer sind viele Zuschauer bei meinen Videos dabei, viele Klicks. Aber es ist nicht immer so, dass die Männer meine Ratschläge auch realisieren, annehmen und verwirklichen. Deswegen, durch dieses monatliche Programm möchte ich erreichen, dass wir gemeinsam, ich mit Ihnen zusammen, Ihre Partnersuche verbessere. Dating Bootcamp bedeutet, dass ich jeden Tag um 21 Uhr mit Ihnen für 15 Minuten online gehe. Also das ist wirklich Livestream. Jeden Tag, jeden Abend um 21 Uhr für Maximum 15 Minuten sind wir online und jeden Tag erzähle ich Ihnen meine Meinung zu einem bestimmten Thema. Und natürlich, alle diese Themen sind mit der Partnersuche verbunden, mit Mentalität verbunden. Es ist nicht alles umsonst. Das sind Ratschläge, aber wirklich in kleinen Mengen. Nach dem Aufklärungsvideo bekommen Sie von mir eine Aufgabe. Das nimmt vielleicht 10, 15 Minuten in Anspruch, vielleicht auch weniger. Je nachdem, wie schnell Sie die Idee verstehen. Und so arbeiten wir jeden Tag. Sie bekommen ein Video, Livestream oder Aufzeichnung. Je nachdem, was für Sie besser ist. Und dann bekommen Sie auch eine Aufgabe, die Sie erledigen müssen. Und diese Berichte, die Hausaufgaben, die können entweder in eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe für die Teilnehmer veröffentlicht werden, dass die anderen Männer auch vielleicht das lesen können und vielleicht auch gemeinsam verbessern. Das ist Paketstandard. Und es gibt auch Paketlooks, wo Sie diese Berichte an mich schicken. Und dann bekommen Sie mein Feedback zu Ihrer Aufgabe. Alles, was Sie machen, wird definitiv Ihre Partnersuche verbessern. Sie werden viele Sachen besser verstehen, viele Sachen besser machen können. Sie werden die Frauen besser verstehen oder vielleicht anfangen zu verstehen. Ich werde versuchen, Ihnen einige wichtige Sachen über Frauen, über Mentalität, über darüber, wie die Frauen ticken. Das bekommen Sie von mir in diesen täglichen Videos. Das Gute daran ist, Sie haben eine Woche Zeit, die Entscheidung zu treffen, ob Sie das kostenpflichtig nehmen. Das ganze Programm. Also sieben Tage, sieben Videos und sieben Aufgaben bekommen Sie kostenfrei. Und ab Tag Nummer 8 entscheiden Sie, ob Sie kostenpflichtig dabei bleiben oder vielleicht verlassen Sie unser Camp und dann gehen Sie auf die Partnersuche ohne diese technische Unterstützung oder psychologische Unterstützung. Einfach auf eigene Faust. Es gibt auch ein Bonus zu diesem Programm und zwar die zahlenden Mitglieder mit Paketstandard bekommen von mir eine Liste von den Damen, die bereit sind, mit den Männern zu kommunizieren. Das heißt, einmal pro Tag können Sie eine Dame auswählen. Dann bekommen Sie einen Kontakt von dieser Dame frei. Das ist im Preis inklusive. Sie bekommen einen Kontakt frei und dann können Sie mit einer Dame Kontakt aufnehmen. Also eine Dame pro Tag. Die Männer, die sich für Paketlooks entscheiden, die haben natürlich mehr Looks. Sie bekommen nicht nur mich als Feedbackgeberin, sondern Sie können aus unserer Homepage die Namen auswählen. Wir machen dann auch Partnercheck. Und dann bekommen Sie genauso Kontaktdaten von dieser Dame, wenn die Dame einverstanden ist. Aber das werden nicht nur die Damen aus dieser Liste, die ich Ihnen zur Verfügung stelle, sondern das werden die Damen, die bei uns auf der Homepage sind. Natürlich nicht alle der Damen aus St. Petersburg und die Damen mit IDS R4H, die sind alle in diesem Paket dabei. Aber da sind mehr als 3000 Profile zur Auswahl. Das ist mehr als genug. Zusammengefasst nochmal, was auf Sie zukommt. Jeden Tag treffen wir uns zu einem Meeting, wo ich Ihnen über Partnersuche zu einem bestimmten Thema meine Meinung erzähle. Dann bekommen Sie eine Hausaufgabe, die Ihre Partnersuche verbessert. Also alles ist gerichtet, dass Ihre Partnersuche anders abläuft. Und dann bekommen Sie auch einen Kontakt einer Dame pro Tag frei. Die Männer mit Paket Standard bekommen die Kontaktdaten aus einer Extra-Liste, die ich Ihnen zukommen lasse. Und die Männer mit Paket Lux können selber auswählen. Und zwar die Damen aus St. Petersburg oder die Damen mit IDS R4H. Haben Sie noch Fragen? Sie können sich ganz gerne an mich melden. Meine WhatsApp ist 049 15 20 366 3653. Und wir fangen an am Montag, 15. Juni. Seien Sie dabei, sieben Tage können Sie kostenlos teilnehmen, beschnuppern, das Programm anschauen und dann erst ab Tag 8 können Sie entscheiden, ob Sie kostenpflichtig bleiben oder nicht. Wenn Sie Fragen haben, also bitte sich an mich melden. Danke.